Hallo, Willkommen in der Küche heute machen wir Kartoffelsalat mit Rotkraut wir fangen an mit Zutaten ich habe 1.5kg Kartoffeln bitte einen Tag vorher kochen, ca. 20 Minuten Wasser abgießen und einen Tag ruhen lassen dann habe ich 5 Stück eingelegte Gurke bitte Scheiben schneiden 200g Cocktailtomaten durchschneiden weiße Zwiebeln halb groß, bitte kleine Würfel schneiden Rottkraut 150g Spitzenkohl alle dünne Scheiben schneiden Schnittlauch also bunter Schnittlauch bitte auch klein schneiden 2 EL mittelscharfer Senf Salz, Pfeffer und Chili und süße Paprika Olivenöl Pflanzenöl und Essig kommt rein wir machen erstmal die Soße erstmal das Olivenöl rein bitte nicht sparen Olivenöl Pflanzenöl fertig fertig jetzt drücken Salz und Gewürze rein alles bitte umrühren bitte umrühren so auf die Seite ruhen lassen ein bisschen Essig kommt später rein ok, jetzt nehme ich das große Schüssel Löffel Rottkraut rein etwas Salz drauf dann kann man sie besser weit hinkriegen noch ein bisschen normal machen wir mit der Hand sonst wird meine Hand ganz rot ok, ich drücke sie ein bisschen mit dem Löffel Zwiebel die muss man 2-3 Minuten immer wieder mal umdrehen und weich kriegen bis gleich jetzt tun wir alles zusammenfügen nehmen wir eine große Schüssel erstmal die Kartoffeln rein ok jetzt den Rest Zwiebeln das auch Rottkraut jetzt ist einer drauf haha Spitzenkohl ja ja Schnittlauch rein hier habe ich alles ja wo ist denn das Rottkraut? da ist er Rottkraut da bleibt noch was übrig der Senf kommt noch jetzt kommt das Öl verteilen überall so jetzt kommt noch etwas Essig hier auch mal umrühren jetzt tun wir es auch verteilen habe ich alles hier so jetzt tun wir alles einbearbeiten überall schön verteilen überall immer wieder mal umdrehen umrühren umrühren ja genau nicht umdrehen was war jetzt nochmal umrühren umrühren bitte das dauert ein paar Minuten bis gleich was ist jetzt los? den Kartoffelsalat habe ich kurz umgerührt jetzt kommen sie dann Servierteller rein ja das ist ein bisschen viel wahnsinn rein schieben und der geht wieviel Person ist das? fünf oder zehn ja so was wahnsinn zehn nicht zehn nicht aber sieben vielleicht ja guck mal wieviel ich kommt wahnsinn von eineinhalb Kilo Kartoffeln wahnsinn mehr kann ich nicht da rein tun gut ja bis du noch gehen es gibt zwei dann ja einen Kühlschrank da rein so so kann man sie dann servieren ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit Kartoffelsalat bis nächstes mal tschüss bitte nicht vergessen Facebook und Instagram zu gucken